Okay, mein Name ist Marco Czakalic von Video und ich freue mich heute Ihnen unsere allerneueste Technologie zu zeigen, die es ermöglicht, Feldingenieuren und Technikern freehands im Prinzip ihrer Arbeit nachzukommen. Und das ist unsere Video-Glasses, die über den integrierten Mobile Client es möglich macht, an einer Live-Session Videokonferenzen aufzuzeigen und damit Mitarbeitern vor Ort die Möglichkeit gibt, das zu sehen, was ich im Prinzip im Augenblick hier mache, anhand des Beispiels der Visitenkarte und des Heranzoomens von kleinsten Teilen, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Die Funktionalität dahinter ist relativ einfach. Wir haben eine integrierte Webcam hier an der Brille mit aufgebaut und unseren Mobile Client, der über eine API-Schnittstelle gesteuert wird und damit den Support des Mitarbeiters unterstützt und in eine Live-Konferenz mit übertragen wird. Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, von Audit Reasons bei der Installation bis hin, wie gesagt, von Support-Dienstleistungen und Reparaturdienstleistungen. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, besuchen Sie uns auf unserer Website www.video.com. Dankeschön.